Herzlich Willkommen zurück zu Super C mit KyleNur7 mit Dimisai Und schon wieder, ich hab 3000 Punkte und du hast 20.000, ich wundere, warum ich kacke Und mit MikiOrd YoYoYoYo Oh Gott, ich will diesen Spunk diesmal schaffen Gibt's was sagenswertes zu nennen? Der KyleNur7 hat das Allein durchgespielt, ohne Kratzer Yo, heute zweimal, oder war's nicht so? Zweimal hier bis abgekackt Warte, ich will den Spunk diesmal schaffen Warte Was ist die Kante? Das ist doch nennen Ja Der Impossible Jump hat KyleNur7 geschafft Wir werden es jetzt das erste Mal zum Endpost schaffen Timmy Was denn? Egal was ich vorhin sagen wollte Ich hab mich heute angemeldet für Führerscheinprüfung, haha Gibt's ja auch Wartebällchen Was machen die Münder eigentlich, wenn man's nicht abknallt? Da Wartebällchen schießen? Ach, die roten Scheißkügelchen Die kenn ich aus Super Contra auf Markade Ja, das hat der KyleNur7 angezockt Oh yeah, zum ersten Mal bin ich auch jetzt hier Yo, Timmy hat's heute durchgespielt Ich aber noch nicht Das letzte Mal war ja Part 4 von Together Oh oh Eins müssen wir leben lassen Dann geht das nicht hoch Und da meine ich Also wie? Renn weiter, renn weiter Einfach weiter rennen Okay Nur diese Dinger abschießen Einfach mal weiter Wenn das aus dem Bild verschwindet, stehen bleiben Okay War das Killen jetzt von dem falsch? Nein Oh, warum springen wir, wenn der Scheiß runterkommt? Na, da, da Na, da, da Rein Halt, der Fresse, Vicky Orts Keine Musik, was machst du da? Den Endbus schaff ich eigentlich ohne Leben Das hoffe ich, aber bitte ohne Autofeier, den Endbus Das soll wenigstens fair sein Kommt er jetzt? Ja, der kommt jetzt Ja, jetzt kommt er He's coming Fuck you, bitch Ähm, wie mach ich das? Nicht letztes Mal alleine Hey komm, sag mir jetzt ne Taktik Immer ballern So und dann Du möchtest mir Deckung Und ich baller das Ding ab Was ist Deckung? Was? Schitt da rein Ich glaub, irgendwie sein Fuß Stell dich aufs Bein Und schieß rechts hoch Genau Die ganze Zeit Aus den Augen Das ist zu nah Du hast schon gewonnen eigentlich Ja Hey, warum hast du mein Leben aus Sicherheitsgründen nicht genommen? Mehr oder weniger Ja, wir haben es Was passiert denn, ne? Boah, was für ein fetter Beat Ja, mehr oder weniger Haben wir jetzt Super C durchgezockt Alter Ja, ich hatte schon Ich habe nur noch 18 GB frei Deswegen habe ich mir Sorgen gemacht What the fuck, 18? Ja, ist alles voll wegen Forgotten Sands Und vielen Spielen Und so ein Scheiß Oh, endlich Super C durch Mit Dimi Dann komm ich doch mal einen neuen Neue Festplatte Spinnst du? Ein Terabyte reicht doch Nö Ach komm Ähm, Dimi Ja? Schuld mir 5 Terabyte Ähm, ja Auf 4 contra 3 Wird es wahrscheinlich Ein Let's Race Super C geben Und ja Konami Rückstart Ich will weiter spielen Ah, Moment Wir müssen jetzt das ohne Scheiß Von Konami Guide machen Wir wollten das doch mal zeigen Wir machen jetzt einen Diesen Musik Cheat So, die Leute werden jetzt Alle schon live sehen Wie wir was aufs probieren Du, ich nicht Wir beide müssen das machen Wo ist die Contra Seite? Äh, ich bin jetzt voll vorbei Probotector Probotector 2 Return of the Evil Forces Okay, Start Was? Wir sind nicht im Hauptscreen Man Nee So ne Scheiß Schau mal, ich verliere schon wieder Leben, ne? Ja, ja, stimmt Lol Demi, Demi, Demi Egal Während du zockst Das Spiel im Alleingang bedeutet Meine Damen und Herren Ihr seht jetzt mal Was? Ich habe jetzt nicht genau hingesehen Hatte ich was getroffen? Ich bin auf die Kante gesprungen Rack ab Alter, wir sind schon so oft hier gestorben Ohne ist das passiert Ähm, jetzt gehen wir aber ins Hauptmenü Demi Und wir werden jetzt die zwei Cheats von SuperC ausprobieren So Wir müssen A und B gedrückt Nein, warte Beide Feuertasten gedrückt halten Das ist doch B Und dann drücken wir Start Hast du B gedrückt? Ja, drück Start Oh, scheiß Okay, B Und jetzt Start Drück Start Hä? Moment Welche Taste habe ich gedrückt? Vielleicht soll ich mir Autofire drücken Ich drück jetzt einfach beide Tasten, so Gedrückt halten Wir sollen sie gedrückt halten Ja Hast du sie gedrückt? Ja, ich habe sie gedrückt Yo, wir sind im Sound-Mode BGM 1 Ähm, warte B, Sound Start und Sound Off Mach mal, mach mal, mach mal, warte mal, mach mal die Ja, was ist, was wolltest du sagen? Äh, warte mal, mach mal die 5 Es sollte Stage 5 sein, die, welche du so gelobt hast Genau, die neben mir Ja, toll Ja Drück Start Ja, super Zockt man dann damit? Ich dachte, man hört sich das hier nur an Okay, ich mach Start, so wie du es gesagt hast Nee, ist weg Okay, es gibt noch den 30-Lebens-Cheat Drücke im Titelbild Steuerkreuz nach rechts Links, unten, oben A, B Link Warte, rechts, links, unten, oben Nochmal Links, rechts Du hast gesagt links, rechts Rechts Oh Gott, scheiße Warte Na, warte Ach Mach die jetzt, warte Rechts, links, unten, oben A, B Jetzt sollte sich die Anzahl meiner Leben verzehnfacht haben Toll, 10 Leben Da gibt's keine, da gibt's nur 10 Leben Es gibt keinen 30-Lebens-Cheat Ja, hier heißt es 30 Leben Weißt warum? Weil es in der europäischen Version ist Und es haben doch so mal zwei deutsche Typen ja nur die, ähm Japanische Version Let's Played auch wegen Leben Weil es da anscheinend auch 30 gibt oder sogar mehr Keine Ahnung warum, aber die amerikanische ist halt die ärmste Version Was den Cheat anbelangt jetzt Tja Ja Weil der Konami-Code bei Contra einen legendären Status erreicht hat Ja Cheater Machen wir nochmal Sound mit Also hast du die Tasten gedrückt? Ja Yo Was gäbe es zu sagen, ist was mit Super 7 Es wird mit Contra 3 nach dem Let's Face dann folgen Ähm, ja Contra 3, alter, wir sind verorscht Hard as fuck Aber das wird geil, ey Der erste NRS-Teil, der muss Let's Played hören Ähm Du kassierst dann die Leben und nicht Rack ab Das wird dann richtig geil, ne? Weißt du noch, worüber ich nachdenke? Ich will ja Super Contra auf dem Arcade Let's Playen Und ob das schon das Let's Face sein sollte? Ich glaube, das wird zu hart Wir bleiben bei dem NRS-Teil Aber egal, überlegen wir es uns das noch Ich geb dir auch gleich zu hart Was denn? Du musst mal Super Contra spielen Das ist echt schwer Ja, das war's jetzt eigentlich von mir Euer Kalnus 7 Euer Demi Demi sei ja Und euer Vicky Ihr habt gar nichts Lasst es euer davor weg, man So, sag jetzt Okay Vicky Ort Ha Yo Yo Yo